It's coming home! Boah, jetzt geht die Scheiße wieder los. Ja, ganz recht. Nach einem 10-0-Sieg darf man sich ja wohl als Top-Favorit bezeichnen. Also, 10-0 ist sauber Englands. Keine Frage. Aber überschätzt ihr den Sieg nicht ein bisschen? Na hör mal, ihr wurdet immerhin Europameister. Ähm, was? Na dieses Jahr im Finale gegen uns. Weißt du nicht mehr? Das war doch Italien. Ja, und San Marino liegt doch in Italien, oder nicht? Also eigentlich ist... Ja, siehst du? Hatte ich also doch recht. Wir haben den Europameister geschlagen. Digga, wir sind ein Zwergstaat. 34.000 Einwohner. Ja, so habt ihr auch gespielt. Klar, wir sind ja auch keine Profis. Harry Kane hat mit euch kurzen Prozess gemacht. Ja, danke Captain Obvious. Wir waren zufällig dabei. Und da soll mir noch einer sagen, das wäre nicht der beste Spieler der Welt. Keine Ahnung, San Marino. Tut mir leid. Ja, was? Musst dir nicht leid tun. Bei der WM werden noch ganz andere von uns ganz übel auf den Sack bekommen. Immer das Gleiche mit dir, England. Große Klappe und am Ende nix dahinter. Ach, Deutschland. Ihr gehört im Gegensatz zu uns bei der WM nicht zu den Favoriten. Wir haben Lichtenstein 9 zu 0 besiegt. Was? 9 zu 0? Uff, kacke. Ihr seid ja doch mit Favorit. England, Brudi. Ihr seid ja sowas von Lust. Ei, ei, ei. Musik Musik Vielen Dank.